Hey sorry, ich hab nur ganz schön zählen zu butschen. Ey einfach Fake Monte. Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video. Ist gut, ist gut, reicht, reicht, reicht. Hast du so eine Pfannenwänder? Ja, hier dritte. Wo, hier? Ja. Da. Was? Hier. Und es geht um die Zucchini. Ja. Ey, was hab ich da? Das ist Brokkoli. Also, ich bin Emo. Hi. Und, naja, sieht man glaube ich. Ich bin 13 Jahre alt. Du spielst seit drei Jahren und hast dich nicht verbe... Ich kenn diese Videos von früher. Gab es nicht mal so eine Phase, wo das richtig in war? Es gab doch mal so eine Phase, wo das richtig, richtig, richtig in war. Ich sag jetzt mal Emo zu sein oder so diesen Look zu führen. Sehr viel Eyeliner und so diesen Haarschnitt. Komm grad wieder? Super. Und, 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 und. Oh, war das... Oh, war das... bubble... Hey, wo bin ich eh?! Schaffst du es auch? Ja, bestimmt. Geht bestimmt leicht. Ja, das... Sag's, guck mal, damit mir sowas nicht passiert, ich habe zu Hause so eine kleine runde Gummifläche, die kannst du kaufen von Ikea. Damit kannst du Gläser einfach eröffnen. Damit funktioniert es easy. Du brauchst null Gains, wie ich. Einfach mal hier mit so einem Stockarm kriegst du das easy. Das ist kein Problem. Du bekommst mal wieder nicht das Glas auf. Hier ist die Lösung dazu. Da ist ja ein generelles Vakuum drin. Du drehst es um. Damit sich das hier leicht eröffnet, müsst ihr so einen Aufmachträg anwenden. Ihr dreht das Glas einmal unten, Ellbogen. Keier! Oder I guess ihr macht das. Das funktioniert anscheinend auch. Hat das mal jemand getestet? Geht das wirklich? Chat, ich brauche Erfahrungsberichte, Rezensionen, wie funktioniert das? Wirklich? Soll ich noch ein Sü machen? Zusammen. Sü! Okay, sorry. Du musst von da reinlaufen und einmal in die Kamera sü. Ja, das geht. Oh, lol. Stell du dich mal. Falsch rum. War gut, war gut. Auspacken mit 3 Max. Abgeübt. Anladung. Oh, perfekt. Ich glaube, ich links oder rechts einlenke. Der Anhänger geht in die falsche Richtung. Ah, jetzt habe ich es. Hab ihn. Man muss immer reverse lenken, hast du gesagt. Immer noch. Eine Freundin von mir heißt wirklich Siu. S-I-U. Das ist eine Freundin von mir, die kenne ich seitdem ich 13 bin. Und ich denke, ich habe jedes Mal gedacht, die prankt mich in meinem Stream. Weil das die ganze Zeit im Chat stand. Ich war wirklich, ich war so verwirrt. Und deswegen dachte ich so, Siu. So, hey, das macht keinen Sinn. Und jetzt weiß ich, das heißt Siu. Aber für mich macht das keinen Sinn, dass es so geschrieben wird. Alter, meine Fresse. Kein Bock mehr. Was, bei 20 Liegestützen? 10 Dollar auf den Nacken? Bruder. Let's go. Oh mein Gott. Ich bin die Edge auf ihn. Ich bin Russa Morgenstein, links von mir ist Araki Morgenstein, mein Bruder. Wir zeigen euch eine Performance mit Musik, tanzen und ja. Und niemals ohne mein Team. Einfach dein Maul. Ich schließe die Tür des Apartments. Mein Pupp komplett. Die Kameras hier. Wir können weiter, weil wir sehr gute Musik machen. Falls sie uns buchen wollen. Wir machen auch Shutterboxen für Kindergeburtstage. You come and go. You come and go. Sie können auch go. Ey, ich sag sie, ist das sowas wie DSDS oder... Boah, was gibt es da noch für Formate? Irgendwas mit Supertalent. Ich kann mir das nicht anschauen. Ich kann mir das aber nicht anschauen. Aber wenn ich mir das anschaue, ich sterbe innerlich. Bitte. Das ist gerade genauso schlimm. Trash TV wird den Roleplay. Ja, geht ja. Hallo, hallo. Apo, 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 hallo. Hallo. Dreimal rein, du bist raus. Das geht jetzt gut, Mann. Oh, der geht mir mal mit Scheiß. Das wird gleich in die Hose. Oh, Mensch. Das ist ja widerwärtig, Digga. Oh, Alter. Oh, Mann, ey, Junge, 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 Junge. Der war ja widerwärtig. Junge, es gibt oft Eligella Duo Cups und sowas. Wieso spielen wir da nicht mit? Ich werde euch eingeladen. Kennt ihr diese Streamer, die so... Wo ist ein Plipp? Der wurde nicht eingeladen, wa? So streamen, Leute. Die streamen original so die ganze Zeit. Oh, dann, äh... Steigen Sie mal bitte aus dem Fahrzeug aus. Ja, LSD-Stream komplett. Bro, und die checken auch nichts. Das ist eine normale Zunge. Das ist meine. Oh, die ist gerissen. Mitte einfach Schlott aus Pokémon. Kannst du Deutsch sprechen? No. Okay. Ist ja egal. Wenn wir die Runde gewinnen, bekommst du 100 Euro. Ist das für dich in Ordnung? 100 Euro? Slowly, please. Wenn wir die Runde gewinnen, bekommst du 100 Euro über Paypal. Okay? Okay. So klärt man sich. Easy 100 Euro. So. Hä, der spielt jetzt noch Warzone? Hä, Angie, mach mal kein Auge. Eins, zwei, Mikrofon, check. Versteht ihr mich, ihr seht ihr mich, ihr sagt mir, seid ihr... Wusstest du das gar nicht, dass auch Warzone spielt? Ich dachte, der ist gerade voll im Wettefield drin. Für mich oder gegen mich ist beides kein Problem für mich. Du magst mich nicht, schön für dich. Das war der kleine Ausschnitt von meinem neuen Lied gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass ich dabei gewesen bin, als er das Lied aufgenommen hat. Aber ich bin eingeschlafen und ich muss dir vorstellen, in so einem Studio ist es richtig laut. Ich bin eingeschlafen und ich weiß nicht, wie ich durchgeschlafen habe. Ich habe nicht mit kompletten Augen zugeschlafen, sondern irgendwie so. Es war auf jeden Fall sehr interessant, ich sehe auch, das werde ich besessen. Und daran kann man sehen, dass Immobilien immer eine gute Wertanlage darstellen im In- oder auch Ausland. Immobilien sind ein spannendes Fachgebiet, wo auch du dich für begeistern kannst. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und das ist gut, dass ich einen Livestream aus dieser Wohnung gemacht habe. Aber 356 oder 365? Hugo, do your thing, please. Clip it and chip it. Hamburger Royalty S. Hamburger! Warum? Warum? Warum haben wir gesagt? Das ist Stil. Das ist nicht Stil. Das ist nicht Stil. Das ist nicht Stil. Das ist Stil. Ich zeige euch jetzt mal eine richtig geile Dart-Technik, okay? Ich nehme aus der Drehung, ich nehme 180 Grad Drehung, ich schmeiße so nach vorne und auf einmal, bam, Digga, die ganze Tür gesplittert, Alter, Junge. Da soll mir einer sagen, Dart-Pfeile sind nicht gefährlich. Aber nur wenn man mit denen trifft. Ich bin diese Person, bei mir sieht ein Dart-Pfeil so aus. Vielleicht treffe ich, aber irgendwie bleibt es nie an Bord hängen. Es kommt immer mit der anderen Seite auf. Hier war normalerweise immer eine Glastür. Die ist einfach weg, weil ich gerade ausgesehen einen Dart-Pfeil reingeworfen habe. Und zwar beginnt er mit Fortnite, äh, Random Rules. Ich bin der Echte, ja. Ja, ja. Stop it! Ich bin der Echte! Ich bin der Echte! Lass ich jetzt losgehen! Ich bin der Echte! Und Eiern! Gut! Oh Mann, das war besser! Das war besser! Das war besser! Das war besser! Ich war besser! Die Bearbeitung hat mir sehr gut gefallen.